Zurück mit Ultra Mario World, so nennt sich dieser Hack. Und dann machen wir das Level kleiner mal. Ah verdammt. Oh mein Gott. Was ist mit den Fischenlösern? Sehr komisch. Aber egal. So jetzt versuchen wir den regulären Ausgang zu finden. Hoffen wir das schaffen hier auch. Dieser geht hier oben nicht lang. Aber egal. Wie fliegen. Super. Das ist aber nicht so toll. Wo geht es hier unten in den Schlag? Okay. Ja. Damit hat man dieses Level auch geschafft. Mario Fleisch trinken denke ich mal. Und ja. Wo ist das Wasser hin? Ah ja egal. So jetzt geht es in den Wald. Da aber vor uns schon fast war. Und ja. Waldlevel denke ich mal. Oh ja. Alles grün und braun. Na ja. Ein zitronengelber Block. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein seltsamer Block. Äußerst seltsam. Ach du blödes Mist. so hört man hier gebaut. Angegriffen. Mann. Verschnitt. Mann. ein die und wir dieses Vierdürfen die so die Stürze die Städte Schildkröte zu brauchen und ein Jahr schief nein das holmes und mit gut doch er wird es auch nicht vor dem koffer in my old legs i didn't know even though it's alexander and that's just i for slow right here okay Köln und Gott ich muss sie aufnehmen zu glück ein Anlauf mitzunehmen war ich kann nicht springen ich will jetzt diese neben dem Kopf zum Beispiel wo es sich das Leben damit hat noch dieses Land Prozent Ludus zu tun nur wo er hätte ich jetzt mal so und bisher was wir sind in Deutschland was passiert noch was auch Laris Korn und mein Gott die Ausführung dabei und nicht so schlau Gubba, ich gehobst. So. Nein! Ja, so. Believe it or not, these awesome graphics were not originally made by me. They came from the most unlikely game, Kirby Streamland. Oh my god. Warum benutzt er die dann? Warum? Wenn das Kirby Streamland ist. Wie kann man denn auch Spiele benutzen oder Grafiken von Spielen, die keine mag? Wenn man das schon weiß. Aber egal. Und bleibt er einfach. Boah. Okay, Zelda. Okay, doch. So. Ja. Selbstverständlich, ähm, obwohl das Iggy war und nicht Larry. Und Iggy eigentlich immer tot geht. Ja. So. Die bestimmt an der neuen Umgebung hier und der alten. Also, der neuen alten Umgebungen. Hm. Darn Cooper, Herr Spielefeld und Mario und Luigi. Now advance. To. This. John Neak Island. And. Feeling drehen. But knowing that their adventure has just begun. Then move. On to the island. Well. My English is very bad. So. Warum sind ich da nicht schon vorher hin? Waaah. So. The green. The green at this greenberg can pass away with the switch instead. So. We will have to alternate between the two to beat this level. Okay. Sehr schön. Trottel. Woah, 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 woah. Woah, woah, woah. Oh, ne. Ich sollte wirklich öfter speichern. Ah, ja, sehr schön. Ah, ja, sehr schön. Oh, das war nicht so intelligent. Oh mein Gott. Oh, das war knapp. Yeah. Das ist das in My Brothers 2. Mit irgendwelchen Glasblöcken. Oh, RIPFANFISH natürlich dabei. Oh nein. Oh nein, Yoshi. Oh nein. Verdammt. Ja. Oh, da kann man ein bisschen schneller schwimmen, laufen gehen, whatever. Oh nein. Run. Nein. 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 Oh mein Gott. Renn. Yoshi, renn. Oh, lucky du. Yeah. Und tschüss. So. Das war's erstmal für heute mit Ultra Mario World. Und ja. Nächstes Mal geht's weiter. Oh. Oh.